Es ist ein schöner Tag, um zu snorkelen zu gehen. Habt ihr euch gesehen, das Great Barrier Reef? Das Great Barrier Reef? Wo wären wir? G'day. Wo bin ich? Australien. Und du siehst aus, als könntest du Urlaub gebrauchen. Zeig mal, was hier geht. Los geht's. Welcome to the Sydney Opera House. Eindruckend. Ja, echt großartig. So niedlich. Was ist das? Ein Wombat. Ich seh Kinderos. Ich auch. Komm schon. Ja, mein. Er hat Maeve gesagt, wir sind Freunde. Und spring! G'day. Mein Name ist Freddy. Wow. Einfach und vergleichlich, dieses Australien. Aber hallo. Man sollte einen Film darüber machen. Also, worauf wartest du? Komm und sag G'day.